Hallo, willkommen zurück. Ich bin Leonie. Ich bin der Frank aus der Redaktion der Kinder und Eltern. Und wir sind heute wieder hier für Lottis Quiz. Die Lotti hat sich nämlich wieder eine Frage gestellt, die sie mit euch zusammen beantworten möchte. In der Zeitung Kinder und Eltern findet ihr, wie ihr sicherlich schon wisst, auf der letzten Seite immer die Kinder-Seite. Und Lottis Quiz-Frage ist diesmal, kann ich meinen Daumen von links nach rechts drehen, ohne mein Handgelenk zu bewegen? Lotti, das ist eine unglaubliche Frage. Und wenn ich es mal zuhause ausprobiert, sagt er, na das ist eigentlich unmöglich, oder? Ich muss ja mein Handgelenk drehen. Habe ich auch gedacht, ja. Ja, aber Lotti hat einen Trick parat. Schaut mir genau zu. Achtet auf mein Handgelenk. Schau mal hin, Lotti. Seid ihr bereit? Lotti, ich danke dir für diesen tollen Trick. Auch mal kurz abschlecken, dann geht es auch besser. Gut. Achtung. Nicht schlecht, oder? Das Handgelenk hat sich keinmal bewegt. Ich danke dir, Lotti, für diesen Trick. Noch einmal, was so schön war. Das ist die normale Nummer, ganz easy. Wow! Danke, Lotti! Danke dir! Das war die diesmalige Ausgabe von Lottis Quiz. Wir sehen uns wieder in drei Monaten mit der nächsten Ausgabe der Kinder und Eltern und dem neuen Quiz von Lotti. Danke sehr! Bis dann schon auf euch! Bis dann! Bye! Ciao!